Ich begrüße Sie hier zu unserem Besuch in einem Leseklub der Stiftung Lesen. Mein Name ist Wolf Borchers und ich möchte Ihnen jetzt den Leseklub hier in der Grundschule in Martinsheim, das ist in Franken, zeigen. Drinnen warten bereits auf uns die Schulleiterin Frau Günther, die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer der Angebote und natürlich auch viele Kinder, die daran regelmäßig teilnehmen und die alle möchten uns zeigen, was sie regelmäßig hier miteinander im Leseklub machen. Sie engagieren sich ja schon länger hier im Leseklub. Was treibt Sie denn dazu an und was machen Sie hier regelmäßig mit den Kindern? Ja, also in erster Linie ist es der Spaß mit dem Umgang mit Kindern und für mich selber, ich habe eine Tochter in der zweiten Klasse. Da ist man natürlich dann schon vor Ort und war für mich dann ganz klar, dass ich da sage, ich bin dabei. Letztes Jahr war ich als Schulbegleiter hier in der Schule und bin das Kind betreut und bin dadurch in den Leseklub gekommen und es gefällt mir so gut, dass ich auch weiterhin komme. Und ja, ich mag Kinder und die mögen mich und das passt einfach alles. Und was machen Sie dann so mit den Kindern in den Leseklub-Stunden? Wir machen verschiedene Sachen. Wir basteln zum Beispiel so Lesezeichen und dann lesen wir gegenseitig Bücher oder wir machen in der Turnhalle so Lesespiele, also Bewegungsspiele. Wir haben auch viele Bücher mit Rätsel, Zoomen, sowas ist sehr beliebt auch bei den Kindern. Die Tiptoe-Stifte, also die Bücher auch, sind sehr beliebt. Was hat Sie denn bewogen, sich bei der Stiftung Lesen um die Einrichtung eines Leseclubs zu bewerben? Bei der Bewerbung hat mich sofort begeistert, dass es sich um ein außerschulisches Angebot zur zusätzlichen Leseförderung handelt. Der Titel lautet Leseclubs mit Freundin lesen oder lasse ich den Buchstaben N weg mit Freuden lesen. Grundgedanke unserer Bewerbung war einfach, dass Kinder unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher sozialer Herkunft oder unterschiedlicher Nationalität oder kultureller Identität gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern lesen. Dadurch werden sie zu großen und kleinen Freunden und entwickeln Lesefreude. Intention unseres Leseclubs ist, bei den Schülern Lesemotivation, Lesebegeisterung zu wecken. Und diese Zielvorstellung trägt auch unser außerschulischer Kooperationspartner. Das ist der Kindergarten hier in Martinsheim mit seiner Hortgruppe mit. Die Kinder sind hier zur Nachmittagsbetreuung oder in den Ferien und sie genießen das natürlich sehr in ihrer Freizeit, in einer entspannten Clubatmosphäre, ein Buch zu schmökern und zu genießen. Was macht euch denn hier im Leseclub am meisten Spaß? Dass jeder lernt, gut lesen, das wird langsamer, schlauer und gut schnell lesen im Tempo sein kann. Wir lesen und wir haben mal Stempel mit hier, ich zeig euch. Du kannst hier mit Freunden lesen, das Basteln. Mir hat es am meisten Spaß gemacht, mit dem Tiptoe zu spielen, weil da kann man auch ganz viel lernen. Mir hat es am besten gefallen, wo wir so ein Lesezeichen gebastelt haben. Ich lese selber für mein Leben gern und dann ist es doch schön, wenn man das weitergeben kann. Und was mir auch Spaß macht, ist auch mal Geschichten zu erzählen und in dem Fall habe ich ein dankbares Publikum vor mir. Seit neuestem habe ich ein Lesetheater, so ein Erzähltheater ausprobiert. Das war mal eine Anregung von der Lesefortbildung im Dezember und mein Schwiegervater hat mir dann eins gebaut aus Holz, das macht er recht gern mit Holzarbeiten. Und jetzt hat er es dem Leseclub geschenkt und wir haben es schon zweimal eingesetzt. Letztens habe ich bemerkt, dass die jetzt nach dem Erzähltheater sogar selber mit Handpuppen was Eigenes nachgespielt haben. Das fand ich ganz toll. Was würden Sie denn sagen, jetzt so nach gut einem Jahr Leseclub in Martinsheim, wer profitiert denn besonders von dem neuen Angebot? Also grundsätzlich profitieren alle Kinder von der Einrichtung eines Leseclubs. Als Schulleiterin und Lehrerin merke ich, dass die digitale Konkurrenz riesig ist, so wie Computer, Fernsehen. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Lesekompetenz der Kinder aus. Hier im ländlichen Raum ist die nächste Bücherei doch weiter entfernt und hat auch nur zu bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeiten auf. Und so ist es schön, dass die Schüler hier auf eine Schulbücherei zurückgreifen können. Habt ihr denn schon ein Lieblingsbuch? Der kleine Dachl-Kokosnuss, die Expedition auf den Nil. Ich habe das Buch-Lieblingsbuch Prinzessin. Ich finde die Prinzessin ganz toll. Mein Lieblingsbuch ist mir. Ich finde es sehr toll, weil da sind spannende Geschichten. Da war halt so ein Pferd. Und das war so witzig, weil es hat seinen Popo gepudert, hat es ausgesehen, weil es war ganz weiß und die Schnauze auch. Ich mag dieses Buch, weil da sind ganz viele Witze. Da kann man mehr lernen. Man kann auch danach schlagen, zum Beispiel die HSU-Geme. Ich habe mir das Buch rausgesucht, weil wenn man das Buch aufklappt, das sieht dann so lustig aus, wie sich das auf einmal bewegt. Diese Bücher sind ja nicht nur ganz normale Bücher. Das sind so Comic-Bücher. Und davon habe ich jetzt fast schon alle Teile. Und ich finde die einfach so witzig, weil das sind immer so verrückte Namen. Der erste Teil heißt zum Beispiel Alles voller Kaninchen. Und der zweite, wie belemmert ist das denn? Stiftung Lesen hat uns mit ganz vielen tollen Büchern ausgestattet, die auch jahreszeitlich viel bringen. Und da haben wir zum Beispiel in der Adventszeit gemeinsam Weihnachtsgeschichten gelesen und dann im Anschluss Fensterbilder gebastelt. Besonders ist dieses Angebot eine Bereicherung für unsere Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Sie bekommen hier durch die Angebote und durch die Medienausstattung eine gute Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Und es ist natürlich auch schön, dass sie in ihrer Freizeit mit deutschsprachigen Kindern zusammenkommen, sich austauschen, kommunizieren. Bei den Migrationskindern muss ich sagen, die haben sich sehr verbessert. Die nehmen das auch sehr gut an. Die mögen das auch, wenn man vorliest. Die hören da auch sehr gespannt zu und lesen auch jetzt öfter selber. Besonders gern greifen die Kinder auf Leserbücher deutsch-arabischer Sprache zurück, wo zum Beispiel verschiedene Gegenstände in deutsch und in arabischer Sprache dargestellt sind und sie das auch lesen können und ihren Mitschülern auch vorlesen können. Unsere Leseklub Betreuer profitieren vor allem von den Fortbildungen. Hier bekommen sie wertvolle Impulse für ihre Arbeit vor Ort bzw. sie genießen es, sich mit anderen Leseklub Betreuern austauschen zu können. Durch diese Fortbildungen bekommt man auch mehr Einblick. Also habe ich mich mehr getraut jetzt auch durch diese Fortbildungen mit den Kindern zu machen. Was bringt der Leseklub? Können sie da Wirkungen bei den Kindern feststellen? Also ich merke, dass die besser lesen am Ende vom Lesejahr. Also dass die auch mehr Lust haben dazu, wie in der Schule. Ich habe ja jetzt auch nicht den Schulbetrieb mitbekommen in der dritten Klasse und dass die eigentlich offen sind für neue Sachen und sich eigentlich schon immer freuen. Die kommen hier rein, nehmen ein Buch, legen sich da hin und dann ist für die die Welt in Ordnung. Die Motivation ist da durch die Gemeinsamkeit. Da sind die Kinder viel motivierter, setzen sich zum Beispiel zusammen auf den Sitzsack und machen sie es gemütlich und tun sich gegenseitig auch am Antreiben, sagen wir. Ein Leseklub ist kein kleines Projekt. Es müssen sich auch viele Leute hier in ihrem Team daran beteiligen, dass die regelmäßigen Angebote stattfinden. Was würden Sie denn sagen, jetzt auch mit Blick auf die Zukunft? Was brauchen Sie denn besonders auch an Unterstützung, auch von der Stiftung Lesen, damit der Leseklub hier in Martinsheim hoffentlich auch noch viele Jahre weiter erfolgreich arbeitet? Es wäre schön, wenn wir weiterhin jährlich mit einem Medienpaket ausgestattet werden, beziehungsweise wenn jeder Leseklub über ein Budget verfügt, um individuell nach seinen Wünschen und Bedürfnissen Medien anschaffen zu können. Es ist schon so, dass der Attraktivitäts- und Beliebtheitsgrad unseres Leseclubs daraus resultiert, dass wir eine umfangreiche Medienausstattung haben. Es sind aktuellste Kinder- und Jugendbücher und unsere Schülerinnen und Schüler sind auch fasziniert von den modernen digitalen Medien, also E-Books auf dem Tablet. Die Kinder freuen sich hierher zu kommen, die fühlen sich wohl, das Inventar, die Sitzsäcke wird total gut angenommen. Die Couch war vorhin auch schon ganz beliebt, die mögen sie auch gern. Das Büchermobil ist auch, also das ist immer in Gebrauch. Ich finde es ganz toll, dass es Leseklub gibt, damit wir alles lesen und so verstehen interessante Bücher. Ich finde es super toll, da sind fast alle meine Lieblingsbücher drin. Zusammenfassend würde ich sagen, dass das Projekt der Stiftung Lesen für alle Kooperationspartner und allen Beteiligten gut umsetzbar und daher ein voller Erfolg ist.